So, äh, ja, jetzt haben wir... Warum liege ich auf dem Boden? Egal. Äh, willkommen zurück zu Spyro. Ich bin immer noch in der Welt der magischen Künste. Mir fehlen noch 25 Diamanten und ich habe stark das Gefühl, nachdem ich mehrere... Okay, ein YouTube-Tutorial gesehen habe, glaube ich einfach, dass ich irgendeinen Gegner nicht getötet habe und deswegen töte ich jetzt alle Gegner, die ich hier irgendwie finde. Falls... Damit, wenn ich einen noch nicht ge... Dumm. Damit, wenn ich einen noch nicht getötet habe... Ja, das war schon mal nicht schlau. Damit, wenn ich einen nicht getötet habe... Da habe ich den ja noch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich... Einen noch nicht habe... Der mir noch einen Diamanten gibt, damit das auf jeden Fall... Ich würde jetzt in einem Durchgang, bevor ich sterbe, gerne alle töten. Okay, den muss ich von andersrum lehnen. Der ist mir zu dumm. Aber ist mir auch egal, kriege ich hin. So, ist hier unten vielleicht noch was? Noppy. Ja, den habe ich auch schon. Ich weiß nicht, kriegen die Schafe auch Diamanten? Ja, die habe ich auch alle. Das weiß ich eigentlich. Okay, los, 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 los. Super, Sprint. Ja, ich weiß eigentlich, dass ich den auch habe. Gut, hier auf diesem Level habe ich noch nicht 100%. Aber ich habe gesagt, die Fluglevel sind mir auch egal. Hier brauche ich noch einen Schlüssel. Ich glaube, mir fehlt noch oftmal dafür ein Schlüssel. Keine Ahnung, was man da verbraucht, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, hier war ja... Hier drinnen war ja schon ein Schlüssel. Als ob hier ein zweiter Schlüssel ist. Ne, ist natürlich nicht... Also hier drin war schon ein Schlüssel für die andere Schatztruhe. Ja, wir müssen jetzt halt irgendwie... Vielleicht hier so um die Ecke oder so? Ach so, ne, die Schafe sind immer nur für meine Libelle. Lecker. Ja, komm, wir gehen einfach anders hin. Ja, wir gehen in die Neubeil, ist mir jetzt egal. Ach du Scheiße. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ah, die noch eben einsammeln. Oh, fuck, 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 fuck. Da muss man aufpassen bei diesen Trollen anscheinend. Und der erste Troffer. Bruno! Bruno! Nasty Norg macht unseren Sumpf zu einem elektrisch geladenen Schrottplatz. Hm. Dabei war es hier so schön. Das glaube ich gern. Na, wir machen das jetzt hier eben noch zu Ende. Dumm! Dumm, 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 dumm. Aber an sich, ne, wie geil ist das, bitteschön? Dass, dass ein Level ein Level ist, also. Och man, wieso, wie kann man so dumm sein? Bitte habe ich noch Leben. So, bevor wir da jetzt hingehen, fliegen wir zurück. Hallo, ich will zurück. Danke. Und wir machen jetzt Hochland. Äh, ja, Hochlanddorf. Ich weiß es nicht. Werden wir jetzt gleich lesen können. Hochlanddorf. Also ein Dorf nur im Hochland, also in den Alpen. Ist wie ein Träumen, man muss da superschnell sein, würde ich sagen. Wir nehmen erstmal direkt so einen Geheimweg hier. Und sterben! No, wir nehmen doch nicht den Geheimweg. Der Geheimweg ist doch ziemlich bescheuert. Ah, fuck, fuck, fuck. Ficky, fucky, 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 fuck, fuck, fuck. So, die anderen muss man mit Super stürmen. Ja, nein. Nein. Geht doch. Okay, das hier ist der Geheimweg. Der ist halt nicht so supergeheim, aber egal. Ich habe gerade schon versucht, langzulaufen. Ah, interessant, interessant, interessant. Nein! Oha, sorry für den Ton. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben mit meinem Geschrei, aber dieses Spiel... Macht einen leider superaggressiv. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was es einen anders machen soll, außer aggressiv. Die haben halt alle so Stäbe und das ist einfach scheiße. Boah, bitte hier. Meine Leben, ladet dich auf. Jetzt bist du immerhin schon blau. Ist das was Gutes, blau zu sein? Also, ich meine, dieses Spiel. In echten Leid ist es ja eher nicht so toll. Ah! Ah! Hier kamen wir her, ja. Das heißt, wir haben jetzt... Oh, das ändert. Ah! Dann hat mich an Ratchet & Clank. Da war das auch immer in so Welten. Oh, das werde ich mir auch irgendwann holen. Aber ich durf auch drauf. Ah, in den Muscheln ist also immer Leben drin. Komm, hier für meine... Sparks heißt das, ne? Ja, Sparks ist das, glaube ich. Fürs Wack. Hey, ich hab noch nicht mal Ohren und die Sonne drüber hält. Klo ist gerettet. Vorsicht, Spyro. Hierzulande haben die Norks die Elektrizität entdeckt. Und die brennt ganz schön. Mhm. Oh, da brauche ich... Brauche ich dir überall Schlüsse für, ja. Ja. So, jetzt erstmal hier lang. Oder sagen wir so, diese Sache da speichern wir erstmal. Okay, da könnte man eventuell rüberfliegen, wenn man später noch was vermisst. Ja, da brauche ich ein Schüssel für. Kann ich jetzt nichts machen. So, dann muss ich auch irgendwie nach hochkommen. Oh, fuck, fuck, fuck. Erstmal ein bisschen warten, bis wir es wieder aktivieren. So, erstmal wieder hier weg. So, gucken, ob hier noch irgendwas ist. Naja. Hier oben eher nicht so. So, nochmal warten, bis sie es aktivieren. Mal warten, bis der Typ das aktiviert. Mach ruhig. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal den Drachen. Sehr gut, Spyro. Eines Tages kannst du allen Drachen von deinen spannenden Abenteuern erzählen. Oh ja, aber jetzt will ich vor allem raus aus diesem Sumpf. Oh ja. Oh ja. Okay, ich bin denke, ich kann das auf jeden Fall haben. Oh ja. Oh ja. So, dann nehmen wir jetzt noch ein paar Leute aufzunehmen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich muss mal eben was gucken. Okay. Die Welt hat irgendwie was Pruseliges, aber ich finde sie eigentlich ganz gut. So, noch ein Leben mitnehmen. So, jetzt hier hoch, Junge. Boah, ich feier das Spiel gerade so. Ich meine, ich könnte Assassin's Creed spielen, aber ich mach das. Horizon habe ich heute durchgespielt, also die Hauptquest. Geht natürlich noch weiter. Äh. Warum bin ich da gerade halb gestorben? Okay, da wird's nach Hause gehen. Okay, jetzt geht's nach oben. Ah, ja. Und dann schweben wir doch erstmal hier. Ah, hier kann ich nicht hoch. Ja, okay. Ich muss nochmal da hin und dann muss ich da richtig hinziehen. Sorry, das war mir nicht klar. So, was kann man jetzt hier noch machen? Ich kann hier komplett hoch springen. Okay. Wo kann man von hier aus noch hin? Was für ein Fähigkeitspunkt. Seit wann gibt's hier Fähigkeitspunkte? Das war mir irgendwie neu. Was für ein Fähigkeitspunkt. Achso, mir fehlen nur noch die... sehr viele... So, wartet kurz. Und es wartet kurz Will ich jetzt echt schon nach Hause? Ich weiß es nicht Ja komm, wir gehen nach Hause und machen nochmal Ich bin ja 100% Wie viele Drachen gibt es eigentlich? Ich habe eigentlich alle Gegner besiegt, die ich getroffen habe Das heißt irgendwo Nur Skydiving Irgendwo kann man nochmal anders abbiegen Irgendwo kann man nochmal Hey, hallo? Ja, da war ich schon Hey, das habe ich übersehen oder was? Bin ich dumm? Ja Ich bin anscheinend nicht Jetzt gehe ich nochmal zurück Nicht, dass ich jetzt irgendwas übersehe Dann dauert das jetzt halt länger Dieses Level durchzuspielen Den habe ich als 100% Das weiß ich Ah, die habe ich nicht Ey, zum Glück bin ich da nochmal hin So Hey, ich habe mal 6 Leben, das hatte ich lange nicht So Fehlt mir hier noch irgendwas? Fehlt mir hier noch irgendwas? Nee, das habe ich Ja Hier fehlt mir natürlich noch was Also wenn ich das überall hatte Dann ist ja klar, dass ich hier noch nicht alles habe Ja Ich habe da zwar links Hier habe ich zwar geguckt Hier bin ich auch hier lang gelaufen Ah, da muss ich noch lang Ich muss erstmal den schicken Aber guck mal, hier wäre ich noch gar nicht Okay, vielleicht war ich hier doch Keine Ahnung Sieht doch alles so ähnlich aus Ja, jetzt geht es aber hier hoch So, hier war ich schon Ja genau, daran kann ich mich erinnern Da war ich hier Ah ja, ich brauche noch diesen Oh, fuck, fuck Ich brauche noch diesen Schlüssel Nein Oh, wie kann man so bescheuert sein? Wie kann man so dumm sein? Ja. Ah. Oh, unseren Schicksal habe ich auch schon besiegt Keine Ahnung, wie ich das nochmal mache Oh, fuck. Oh, man. Warum laufe ich da jetzt lang? Oh, ich wusste doch, dass das doof ist. Also wirklich. Da leiden mehrere Leute, die ich jetzt hier besiegen muss. Oh, fuck. Wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. So, jetzt wieder hier gegen diesen Chippen. Oh, den. Ah, die Kacke, da habe ich ja auch noch. Oh, die ganzen Truhen da oben. Ich muss nachher gucken, wenn ich da oben bin. Muss ich auf jeden Fall gucken, wie ich da hochkomme. Hey, hallo? Oh, wie kann man so doof sein? Warum? Warum, warum, warum? 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 Puh. Hey. Hey. See. Hey. Hey. Oh, nein. So. Okay. Bitte speichern. Das ist halt jetzt schon wieder komplett abgelenkt von der ganzen Kacke hier, dass man vergisst, dass so eine Scheiße passiert. Oh, naja, bitte ab dieser Fäder, bitte. Jetzt warten wir es wieder. Ne, jetzt gehen wir einfach hier hin. Das habe ich zum Beispiel vergessen gehabt. Oder nicht gemerkt. So, jetzt kann man noch hier hingehen. Ja, da muss man halt den Weg wieder zurück. Aber ist mir auch egal jetzt. So, jetzt speichern mich bitte. Danke. Okay. Ich wusste echt nicht mal, dass ich doch einigermaßen mit Controller spielen kann. Ich wollte gerade sagen, der macht genau, wenn ich losgehe. Okay. Ne, da war ich schon. So, jetzt gehe ich hier hoch. Und jetzt, we have to think about it. Kann man da jetzt nochmal hoch? Kann man da jetzt nochmal hoch? Äh, ne, man kommt einfach hier an. So, jetzt... Dann springen wir hier hin. Jetzt gehen wir hier hin. Wie vorhin, also ich weiß gerade nicht was. Das sieht halt so aus, wenn man hier... Das sieht halt so aus, wenn man hier... Ich habe nie Idee. Dafür muss ich aber nochmal hier hin. Und nochmal hier hoch. Ich habe da noch irgendwo Diamanten gesehen. So, jetzt hier. Achso, ich muss hier wahrscheinlich ganz hoch. Und dann von da nochmal gucken. Ich habe da irgendwo Diamanten gesehen. Keine Ahnung. So, und von hier aus. Wie kommt man hier nochmal irgendwo hin? Ja, ich will nicht nach Hause. Also, mir fehlen noch 80 Diamanten. Oder Diamanten im Wert von 80. Da. Okay, ich probiere jetzt was aus. Vermutlich muss man da irgendwie drauf hingleiten. Okay. 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 Nicht so. Nochmal neu. Sorry, das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber ich würde es halt gerne ausprobieren. Oh nein. Ja, danke. Ich bin doch noch hoch gekommen. So, jetzt würde ich gerne hier hin gleiten. Okay. Perfekt. Wartet kurz. Ich muss mir was einschütteln. Es geht sofort weiter, weil, ähm, ja, wie gesagt, das ist natürlich jetzt cool. Cool. Fast wäre ich jetzt runtergefallen. So. Kann das nochmal sein, was jetzt passiert? Okay. Okay, da muss ich gleich nochmal. Oh Mann! Aua. Ja, aber ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Es fehlt nicht mehr so viel. Aber total dumm, dass ich das nochmal machen muss. So. Ich will jetzt nicht nach Hause. So. Ich will jetzt nicht nach Hause. So. Egal, ich habe das Level gerade verstanden. Das freut mich. Mein Bein ist zwar eingeschlafen von dieser Position, die ich hier habe, aber ist mir auch egal. Okay. Hier muss man nochmal abfeuern. So. Jetzt würde ich ganz normal hier hinlaufen. So. 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 Wir gehen jetzt erstmal schön speichern. So. 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 Ein Diamant fehlt noch. Ein fucking Diamant. Okay, perfekt. So, dann gehen wir jetzt zurück. Komm, in speichern. Aber hat ja auch echt lange genug gedauert, oder? Wie kann man denn hier failen? Also ich glaube halt, Supersprint und Fliegen funktioniert nicht immer. So, jetzt müssen wir nur noch nach Hause kommen. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Wildschweine. Genau. Und das nächste Level ist... Nebliger Sumpf. Ja, probieren wir auch noch aus. Müssen wir ja jetzt nicht komplett schaffen, können wir ja so ein bisschen schaffen. Also die, die einen angreifen, die muss man irgendwie immer mit Feuer killen. Ey, die Musik in diesem Spiel ist auch einfach so cool. Ah, wieso bin ich so dumm? in Diamanten einsammeln soll. Hier liegt noch einer. Hier liegen noch welche. Hier. So war noch ein Leben und ein Diamant. So war es runtergefallen. Nein. Boah, verarsch mich nicht. Das reicht jetzt. Wir machen das beim nächsten Mal. Bis dann, schau.